Autismus gehört zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, beginnt früh in der Kindheit und führt zu Schwierigkeiten im Bereich der Kommunikation, der Interaktion und oftmals kommt es zu Stereotypen Verhaltensweisen als auch zu besonderen Interessen und Wahrnehmungsbesonderheiten, die die Betroffenen dann haben. Heißt also, um einige Symptome herauszunehmen, dass es zum Beispiel Schwierigkeiten gibt, Blickkontakt aufrecht zu erhalten oder zu halten, Schwierigkeiten auch in der Mimik und Gestik, diese zu dechiffrieren, nonverbale Signale dann zu erkennen und durch, um ein weiteres Beispiel zu nehmen in den Symptomen, durch eine ausgesprochene Unflexibilität, dass dann eher die gleichen Abläufe bevorzugt werden und diese auch nicht unterbrochen werden dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020